Jo Leute und damit willkommen zurück zu GamerScoreMakers Beim letzten Mal waren wir noch dabei das Spiel fertig zu machen Man sieht bei mir jetzt die Leiste hier oben, wo ich da rausgehe Schön, na gut Ich hatte aber erstmal beendet, weil 20 Minuten, 21 Minuten reicht eher Und nicht so extrem viele Deswegen Was ist das für ne Scheiße hier? Ein paar mit dem Grün, das passt doch gar nichts Nö Aber wie gesagt, beim letzten Mal haben wir das Spiel erstmal Noch nicht weiter gemacht Aber jetzt machen wir Es weiter So Ähm Ja komm Nehmen wir das Wir nehmen immer die beklopptesten Dinger, die es gibt Ja komm, du kriegst auch ne Geilheitseröhrung Ne, wie gesagt, wir machen ne Fortsetzung Oder Neuauflage von TecTec Das heißt dann TecTec Reboot Das haben wir letztmal gar nicht drin gehabt Okay Okay, alles Was ist das denn? Hm? Keine Ahnung Hm, soo, dann haben wir das auch gleich fertig das Spiel Tintintintintin Tintintintin Tintintintin Tintintin Nervier Und für den Ninfendo Ninfendo N64 Achja, da hieß ja Nintendo N64, ne? Aber ich hab immer nur Nintendo N64 gesagt also ist ja auch egal ok 20 muss ich sagen gehe ich mal auf 33 runter machen wir bei Werbung und raus damit wow Programmierer wow 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 na Level Design, warum hey was zur Hölle das habe ich doch ausgewählt was zur warum was zur Hölle hä scheiße na komm dass wir die Bugs noch beheben na gut kann passieren dim 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 wow schon wieder so viele Dinge zum trainieren irgendwie will das grad schmiede nicht weitergehen mit der Maus forschen video game wide wing du hast da nix boah jetzt muss ich auch draufklicken das ist doch ätzend training 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 ähm da du nix ähm ihr nix okay okay soo irgendwie kriegt das wieder nicht hin ich klicke mal kurz aus dem Bild vielleicht geht das dann ne okay dann sollen wir mal lernen ja hier es kam nicht so gut an training beendet und noch weiter trainieren ja war trotzdem ist es ein guter Umsatz noch 12k 12k 13k 14 15 trainieren 2d moral choice lass deine spiele handeln lass deine spiele handeln wie er will vom inspirieren zu verhalten bis hin zum hochlosen Mistkerl so okay hoch losen Mistkerl ach mein Büro kann aufgerüstet werden cool und da haben wir das Büro boah irgendwie ist das gerade nervig dass das nicht klappt warte mal ich speichere mal ganz kurz speichern dann lade ich das Spiel nochmal zack und dann sollte das wieder funktionieren ja geht auch weil das ist ein bisschen nervig wenn das schon drin ist dann sollte das auch funktionieren und dann nicht dass das nicht geht vor allem dass das nicht nicht geht ist klar ähm kannst du den Mitarbeiter noch einstellen Grafiker ne kein Platz mehr dafür müsste das Büro größer werden aber dann können wir hier auch mehr einstellen dann haben die mehr Platz für Leute und die es so sagen guck mal ein Green Screen oh hab ich auch oh da wo der Schatten hinten zu sehen ist ja ist nicht optimal gemacht und alles war ziemlich komplex okay aber ich würd sagen für den machen wir nochmal was war diesmal ordentlich eine Fortsetzung ne ähm komm wir holen uns mal noch ein paar Lizenzen so was ist das denn Westpark Man in Green ich schmeiß grad das Geld für Lizenzen raus ich bin echt ein komischer Vogel ähm Action Taktik Shooter da ok neuer PC ein Mac aha würd sagen hierfür machen wir mal was jetzt ja Action Taktik Shooter einmal hier obwohl kleinen Moment Game Engine ich schau mal ob da was neu bei ist Version 3 und Soundtrack ja das ist ein Jahr später aber Engine is Engine ne besser umso besser umso besser ist das auch vor allem umso besser umso besser es ist auch yay ich hab's immer so drauf Fans Gewinn mhm dim 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 Irgendwann weiß ich dass man auch noch andere Dinge einnehmen kann und dass du dann mehr produzieren kannst vor allem naja komm mach mal schneller mit der Funktion ich werd endlich neues Spiel raushauen weiß gar nicht wie viel ich überhaupt für das Büro bezahl ok ok game engine ist fertig dann nochmal ok ähm das 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 ach ich hab keine Spezialisierung genommen diesmal nein egal immer noch das gleiche mit dem Typen hm du da rein so so action tactical shooter ist das action tactical shooter 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 1 2 3 4 5 mal die 2 4 1 2 3 4 5 komisch vor allem bei level design also ne ähm 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 ok machen wir das wieder hervor ähm nochmal ja ja so das baue ich nicht das stimmt machen wir einfach so was der Produzent sagt das meistens auch gut umso höher der Level der hat umso besser wird das natürlich auch umso eher passt das dann auch hm wir sind da gar nicht bei warum naja ist das schon wieder neues Jahr stimmt ja dem 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 stand da eben half-life 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 half-vieler-fluch schufvideoplus ähm die vorstellung von westpark dem 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 wir haben unsere 3 million fans wir sind noch bei ja 2000 zwei jahre noch nein nicht mal ganz zwei jahre nehm wir das wohl nehm wir die hier und schwarz ähm der farbe rot jo wow ich glaube da sind ein paar dinger neu zu kommen ne ich glaube das aber gerade auch nur na komm nehmen wir die schlange aber wie gesagt einfach irgendwas nehmen mhm hm 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 level 5 level 3 yo dem 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 27 23 23 prozent marktanteil gehen wir auf 43 hoch zack 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 programmierer ist klar schon wieder hm ja gut und geh mal schön hoch ja 98 prozent super geil 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 okay 3d version 4 ui ich kann schon will ich aber nicht schon wieder neu machen neuer raum verfügbar testerbüro du musst den raum ausstatten mit Möbeln, Computern und anderen Utensilien die deine Tester die deine Tester brauchen geh in den leeren raum und klick mit den link und klicke mit links die verfügbaren Optionen erscheinen keine ahnung auch jetzt geht das schon wieder nicht lass mal die Bugs raus ah ne jetzt geht das schon wieder nicht mein gott ey das spiel hat zu viel gewalt und wurde daher indiziert in Deutschland wollt ihr mich verarschen wollt ihr mich verarschen na welches land noch spiel des monats april ich kann die dinger jetzt nicht wechseln weil ach komm pause sonst kann ich das büro nicht wechseln ehrlich jetzt einrichten testbüro jetzt kannst du zwei Tester einstellen guck mal server ui ähm der kann was machen was machen sachen ähm speicher trotzdem nochmal ganz kurz speichern ok und neu laden weil ich hab alles ein bisschen nervig wenn du es nicht so wechseln kannst mit Tastatur oh besser so schnell ok 3 Länder gesperrt oder 2 glaubts na egal zu viel gewalt ist richtig trainieren komm ähm Mitarbeiter einstellen keine Tester nö irgendwie noch nicht müssen wir gleich nochmal gucken Level 5 ok jetzt sollten aber welche da sein Tester da Level 1 Level 2 ok ich würd sagen ich warte nochmal einen kleinen Moment bis ein bisschen Zeit vergangen ist Level 1 Level 1 das sind ja gekommen dim dim jetzt ehrlich Soundstudio ist jetzt verfügbar ok ok schon wieder neu einrichten so ok sie brauchen nicht trainiert werden ok 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 naja wieso sag ich ja nicht mehr ok keine Ahnung warum ja dann nimm Urlaub bitte Mitarbeiter einstellen Komponist einmal zweimal ok zack 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 natürlich könnt ihr trainiert werden war ja klar so hm zu viel Gewalt ist klar ist klar zu viel erotische Inhalte ja ne ist klar ihr könnt mich mal echt am Arsch lecken boah ey dumm ist sowas eigentlich darf man sowas auch irgendwie machen? nein finde ich nicht hm Training Training guck mal das YouTube an das sieht man vor ein böse böse du sollst komponieren oder nicht auf YouTube und gucken ok Training Spiele Komponist ich glaub beide das sind extra Spezialisierung der soll dann was anderes ich warte kurz bis das fertig ist wir haben knapp 430 Millionen Bürokosten Bürokosten ähm Cents gewinnen so ja ist ja genau das gleiche wusste ich jetzt nämlich gar nicht wie schnell vergehen eigentlich die Monate dass ich immer Bürokosten sein darf aber 10.000 das geht ja voll kaum noch zu teuer ist das gar nicht hohoho ja steuern scheiß die waren dann hm 98 oh ja cool im ist 1999 Spiel des Jahres 1998 jetzt können die Komponisten noch mehr lernen ich weiß nicht ob das echt die richtige Spezialisierung war jetzt ok geh in den Urlaub tschüss einfach nur Präsenz sein passt doch oh wieso ich da nicht bewegen kann das ist doch kacke Training ok aber ich würd sagen ich würd sagen zieh mir das Ding hier noch rein oder so wie 6 Training zack ähm Produzent noch kurz Training komm ja komm vor allem kannst du nicht draufklicken wenn das auftaucht ey gar eins boah wie die alle wieder lernen wollen grad ne aber gut Leute damit würde ich sagen ist ein neues Büro schon wieder hoffentlich Marketingbüro ok na gut Leute aber ich würd sagen ich pausier jetzt erstmal bis es da noch mehr kommt ich spreche hier ab und würde sagen bis zum nächsten mal bei Gamers Game Makers ciao ciao